Wir sind die Schüler von BR, BRG Purkesdorf. Ich habe Spanisch auf Deutsch übersetzt und ich fand es weniger stressig, als ich erwartet habe. Wir alle haben von Englisch auf Deutsch übersetzt. Ich muss auch sagen, es war eigentlich eine ziemlich ruhige Atmosphäre und wesentlich weniger stressig als Tests zu der Schularbeitung, vor allem auch, weil es eine freiwillige Möglichkeit ist und sicher eine gute Möglichkeit ist. Ja, wir hatten auch alle Wörterbücher zur Verfügung, sowohl von Deutsch auf Englisch als auch von Englisch auf Deutsch oder Spanisch auf Deutsch. Ich könnte jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie gut oder schlecht ich das gemacht habe, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, weil ich habe eigentlich noch nie einen Text vom Englisch auf Deutsch übersetzt, also ich würde empfehlen, das auch einmal auszuprobieren. Ist auf jeden Fall lustig. Ich fand, es war nicht so ein Aufwand, was jetzt irgendwie Vorbereitung betrifft oder so und mir hat es sehr Spaß gemacht und ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen.